Ich bin Levi Sutter von der Firma Motocross von Phan in Turpental. Wir laden dich herzlich ein an das Motocross SagoSoul am 3. und 4. August. Es ist Samstag, Sonntag, Rennen. Am Samstagabend haben wir noch eine Stunde Endurocross. Wir haben Kinderparcours vor Ort, also eure Kinder können dort lernen Motocross fahren. Festwirtschaft und für den Rest ist gesorgt. Weitere Informationen findet ihr unter mxrs.ch